und hier haben wir schon die erste athletin aus deutschland und sie sehen auch die verschiedenen klasseneinteilungen hier die aerobik klasse die aerobik fitness klasse um genau zu sein die deutsche michaelaschucher applaus meine herren für die stadt nur bei uns ganz tollen performance applaus für sie hier machen wir einige schöne bilder in der zeitleute und wie gesagt es zählt der gesamteindruck